Moin, mein Name ist Karstentott, willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der Zeitgebühren mit Anständischen zu verbraten. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Sonderlin, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendern Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verhuckter sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchbrechen. Herzlich Willkommen zur 79. Sendung Hottentott. Die heutige Sendung bietet wieder ein sattes Musik-, Informations- und Unterhaltungsprogramm der besonderen Art. Dabei sind musikalische Werke, die ich mit und ohne Zitate erstellte. Dazu kommen musikalische Hintergründe jeder Art. Gespielt werden meine Produktionen aus beiden Jahren seit Bestehen meines Entertainment-Formates Hottentott. Zusatzinfos bieten unter anderem eine eigene Website und ein eigenes Webradio. Ich wünsche viel gewohnt. Wunderbar. Dann fahren an Albert in Chaot. Beim bombardieren sind sie alle dabei. Das ist alles, was... Ach, sie gehen mir auf den Sack. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissenschaft Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft Wissenschaft, Wissenschaft Wissenschaft, Wissenschaft Wissenschaft, Wissenschaft Wissenschaft Es macht mich stolz und dankbar, Stapel Pokémon Go Ein erster Erklärungsversuch der Entstehung dieses Hypes und die Beschreibung des durchschnittlichen Spielers von Krastentod im Rahmen des Medienformates Hottentod beim Radiosender RadioOKJ Jena plus YouTube erstellt im Sommer 2016 Abkürzungsverzeichnis Pokémon Po Einleitung Pogo ist der neue Hype und noch wenig bis gar nicht erforscht Daher muss ich mich für neuere Berichte auf Internetseiten verlassen Diese liegen oft nicht in TTF Form vor sondern sind klassische deutsche Gaming Seiten Ich setze mich mit diesen Quellen besonders kritisch auseinander Alternativ ließen sich eigene Untersuchungen durchführen Dies scheint mir für ein zeitbegrenztes Low-Budget-Happy-Projekt jedoch zeitlich und kostentechnisch übertrieben So verlasse ich mich neben diesen fragwürdigen Quellen und einigen wissenschaftlich anerkannten Büchern aus der Zeit vor Pogo leider auf meine persönlichen Eindrücke Diese wissenschaftliche Arbeit soll so umfangreich wie möglich werden Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt jedoch in der späteren Laufzeit der Sprachaufnahme Diese soll maximal 30 Minuten betragen Ich gehe vor allem auf die Entstehung des Hypes und den durchschnittlichen Pogo-Spiele ein Persönliche Erfahrungen durch das Spielen von Pogo Pogo ist ein virtuelles Spiel welches mittels Smartphone an der freien Luft und in der Regel unter sportlicher Betätigung stattfindet jedoch nicht Leistungs- oder Extremsport sondern eher Laufen und Wandern Dennoch werden die Spieler mitunter Bewegungs- und Lauffreudiger und verlieren in der Regel durch viel Bewegung etwas Körpergewicht Interessant wäre wie man in Sportlerkreisen über diese Spielsinnung Wer ohnehin viel Sport treibt scheint Pogo in der Regel nicht zu spielen Der Spieler läuft zur Versorgung mit Ausrüstung von Denkmal zu Denkmal sogenannte Pokestops Dies ist beliebt bei Männern und Frauen vorrangig zwischen 25 und 34 Jahren und häufig sogar als Pärchen Mögliche Probleme sind nicht nur das gewünschte Po nicht zu fangen sondern ebenso ein schnell entladender Akku eine schlechte Verbindung zu Internet und Server oder eine schlechte GPS-Verbindung Schnell ließe sich befürchten man hielte ein Smartphone nicht wegen den Fallen des nächsten Po in dieser ungewöhnlichen Stellung sondern um eine hübsche Frau zu fotografieren oder sich über sichtbar beeinträchtigte Personen zu amüsieren Zumindest zur Zeit des Hypes gehen die meisten Leute aber sehr locker damit um Belegentlich entsteht sogar ein freundliches Gespräch oder eine nette Bekanntschaft Zudem besteht das Problem des Verlaufens Dich bei Erkunden in Gefahr zu begeben oder unerlaubt Privatgrundstücke zu betreten Das kam so häufig vor dass seit einem späteren Update sogar bei jedem Start des Spieles ein entsprechender Warnhinweis erscheint Häufige Aktualisierung des Spiels mitunter bei schlechter Internetverbindung ist das nächste große Spielproblem Vielleicht liegt hier ein Marketing Trick den Spieler in teurere Mobilfunkverträge mit mehr Datenvolumen zu locken Die Besonderheiten und Rahmenbedingungen der Po Faszinierend ist bereits das Grundmotiv Ein 10-jähriger Junge und seine besten Freunde gehen in die Welt und erleben mit ihren kleinen Monstern Abenteuer Auf ihrer Reise treffen sie die vielen verschiedenen Po und lernen wie sie versorgt und trainiert werden müssen Po ist eine Fantasiewelt in der Mittelpunkt die Po Figuren stehen Es gibt viele verschiedene für jeden Geschmack etwas Hauptpersonen des Spiels sind Trainer die gegen andere Trainer antreten indem sie ihre Po kämpfen lassen In der App Poco geschieht dies in Arenen Held der Geschichte ist der 10-jährige junge Esch aus dem Dorf Alabastia der in den japanischen Editionen Satoshi heißt wie der Erfinder der ganzen Po Idee Esch möchte der beste Po-Meister werden und nimmt an der Po Liga teil Gute Trainer besitzen Detailwissen über spezifische kämpferische und charakterische Fähigkeiten der Po und können entsprechend strategische und taktische Entscheidungen treffen Die Geschichte hinter dem Po Kurz nach den Tamagotchis bevölkerten in zahlreichen Varianten und Artikeln Toos die Erde Die Geschichte begann in Japan als Satoshi Tachiri die gestalten Mitte der 90er Jahre entwickelte Er stammt aus dem westlichen Tokioteer Vorort Mahito der in seiner Kindheit und Jugend noch nicht städtisch geprägt war und von allerlei heimischem Getier in Reisfeldern und Eltern bevölkert wurde Tachiri war leidenschaftlicher Beobachter und Sammler von Insekten vor allem Käfern und erlebte die Urbanisierung seiner Heimatregion als Verlust Die Käfer verschwanden Fernsehen und Videospiele wurden zur bevorzugten Spielwiese An der Leidenschaft für die posierlichen Tierchen änderte das nichts Satoshi Tachiri entwickelte sich zu einem kenntnisreichen Experten für Videospiele und entwickelte schließlich jene Figuren die als vorbekannt sind Wesen mit fantastischen Fähigkeiten die Tachiri unmittelbar den Objekten seiner kindlichen Begehrte nachempfunden haben will Die Game Boys hielt er als co-operative Spielform für das entscheidende ökologische Umfeld Diese ließen sich mit Kabeln verbinden Nintendo brachte im Frühjahr 1996 die ersten beiden Po-Editionen auf den Markt Ein Welterfolg Ein Klote Player Die Rahmenbedingungen der realen Welt zu den Po Die üblichen Verdächtigen sind schnell ausgemacht Kulturindustrie und Massenmedien Es ist die Bestätigung des Affecks gegen Kommerz und Vermarktung sowie der bildungsbürgerlichen Gewohnheit genau zu wissen was gut ist für unsere Kinder und ihren Lebenslauf Wenn wir uns aber damit zufrieden geben unsere lieben Kleinen nur als Opfer einer gewaltigen Verblödungsmaschinerie zu betrachten geben wir womöglich manchen Marktstrategien vorschnell recht Vielleicht muss man die eher kultursoziologische Frage stellen was die Po-Geschichten so anschlussfähig, so erzählenswert macht Die Po-Idee ist einfach und ziemlich konventionell eine Heldengeschichte Kino und Fernsehfilme triefen von heroischem Pathos Zum einen wird der Wille zur Selbstvervollerkommnung vor allem von Esch beschworen für den die Entwicklung zu einem guten Trainer so etwas wie eine Bewerbungsprobe ist ein Symbol für Persönlichkeitsentwicklung individuelle Stärke und Selbstbehauptung Zum anderen wird an Freundschaft und Solidarität appelliert an Fairness und Zivilität Esch als erzählt es Ich als Held der Geschichte als Identifikationsfigur ist gewissermaßen der selbst kontrollierende vernünftige männliche Charakter der sich klaren Regeln unterwirft und sie individuell umsetzen soll All das wird mit einem Pathos vorgetragen das eher an das bürgerliche Individuum des Westens erinnert als an das, was man im ersten Moment mit Japan verbindet Herr Chiri meint die Amerikaner hätten sein Konzept besser verstanden als die Japaner Sei ein Held Wähle dich selbst Vervollkommene dich Lass dich nicht unterkriegen Gib nicht auf Kurz behalte die Kontrolle Das sind die Schlüsselfiburen des bürgerlichen Subjekts des Westens des heboischen Ischs das, wie Sigmund Freud formuliert hat Herr im eigenen Haus sein will Der Held der Geschichte ist ein bürgerlicher Held ein braver Held ein männlicher Held er ist ein konventioneller Held aber immerhin ein Held übrigens eingebettet in eine Ästhetik des Sports All das ist attraktiv aber nicht neu es ist eine der vielen einfach gestrickten Selbstbehauptungsgeschichten mit dem falschen Pathos von Alltagshelden vielleicht nur die kluge Marktenstrategie zur repressiven Befriedigung nicht vorhandener Bedürfnisse die Welt der Po die Po sollten aussehen als könnten ihnen die Kinder hinter der nächsten Ecke begegnen außerdem sollte man ihnen ansehen was ihre Stärken sind eine schöne Geschichte man darf Mythen und Legenden aber nicht danach beurteilen ob sie wahr sind Interessanter ist ob ein Mythos seine eigene Erzählung überlebt die Verkündung des Evangeliums ist wichtiger als seine historische Wahrheit die Erzählung einer Lebensgeschichte viel wichtiger als ihre Plausibilität gleiches gilt für Alltags und trivial kulturelle Phänomene Po besitzen keinen objektiven Bedeutungsgehalt aber die Kinder eignen sich ihrer Geschichte an lassen sich von ihr fesseln und begeistern Po sind mehr als 250 Insekten oder anderen Tieren nachempfundene entwicklungsfähige Wesen die ihre Fähigkeiten und ihre Gestalt verändern können von ihren Trainern eingesetzt und mit erschaffen werden und die mit speziellen Techniken im sportlichen Wettkampf aber auch im richtigen Leben gegeneinander kämpfen so gibt es etwa Elektropo die mit Elektroschucks arbeiten Feuer Gift Eis oder Wasserpo aber auch Psychopo mit telekinetischen Kräften sie sind willige Instrumente halblebendige halb mechanische Wesen aber sie scheinen die Attraktivität des Ganzen auszumachen Entscheidend ist ihre Reduktion auf Information auf ihre kampfrelevanten Grundkomponenten die Trainer spielen mit genetischen Informationen mit einer Art Bauplan der bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten festlegt und ihr Kampfwesen charakterisiert der Zukunft zu dem Po läuft nur in zweiter Linie über ihr Aussehen oder sonstige Attribute eine Ausnahme ist Pikachu der wohl nur aus werbetechnischen Gründen immer zusammen mit F dargestellt wird dieses Po überzeugt ähnlich wie andere Zeichentrickfiguren durch Niedlichkeit und Kindlichkeit Man wird durch mit Kärzschutzsprache eher an die Teletubbies erinnert als an Monster und Kampfmaschinen Alle anderen Po bleiben frei von einer antropoiden menschenähnlichen Identität sondern sind bloße Funktionen ihrer genetischen Kampfgutierungen sie gerinnen zu bloßer Information und die Kunst der Trainer besteht darin diese Information lesen zu lernen und mit ihr zu operieren sie sind nicht nur konstruiert man sieht ihnen auch unmittelbar an dass sie es sind Die frühe Entwicklung der heutigen Po-Spieler Po-Spieler sind hauptsächlich diejenigen die vor 16 Jahren als 9 bis 18 Jahre Zuschauer des Po-Fernsehprogramms waren als die Taschenmonster die beliebteste Kinderserie bei den 6 bis 13 jährigen Jungen und Mädchen waren Das sind die Leute die heute 22 bis 29 Jahre alt sind In diese Altersgruppe fallen heute viele Po-Spieler Der Hype rund um Po-Go ist also womöglich entwicklungspsychologisch bedingt Die Sendung erreichte Spitzenquoten Die Gameboy-Spiele waren überall zu entdecken und Schulhöfe glischende zeitweise einem Bazar für Po-Sammelkarten Manche Lehrerin wünschte sich die Kinder könnten genauso schnell die unregelmäßigen Vokabeln lernen wie Klumanda Klutexu nachvollzogen nachvollzogen werden nur dann sind kürzester zu kürzester Zeit für kürzester Freundschaft und strategisches Denken. In ihrer unentwickelten Form sind die vielen Monster etwa so groß wie ein stattlicher Hund oder IT. Eine für Kinder ernstzunehmende, aber beherrschbare Größe. Einmal eingefangen sind die Po die treuesten Freunde, für die man zogen muss und die für einen einstehen und auch kämpfen. Die vervielfachen die eigenen Möglichkeiten, schaffen zu räumen für Größenfantasien und geben einem das Gefühl, geliebt und gebraucht zu werden. Po ist eine Welt von Kindern, in der Erwachsene nur am Handel vorkommen. Kinder lösen Probleme allein, was Fantasien eröffnet und Kindern eine Welt bietet, in die sie sich hineindenken können. Das Erleben als Medien- und Ereignisarrangement. Po boten eine Geschichte, die bei Kindern schon immer erfolgreich war, als ein Medien- und Ereignisarrangement. Mit Merchandiseartikeln, Sammelkarten, Gameboy-Spielen, großen Events und Internetauftritten, was Interaktionsmöglichkeiten schuf. Die wahren Gesprächsthema konnten getauscht werden und die Tricks für die neue Gameboy-Edition waren überall willkommen. Po boten eine ganze Welt, eine Welt, mit der sehr viel Geld gemacht wurde. Das war Hauptintention, wozu kindliche Sammelfieber ausgenutzt wurde. Denn Sammeln ist für Grundschülerinnen und Grundschüler eine wichtige Form der Aneignung von Welt. Und das kostete gern mal ein bisschen mehr Geld. Die Ausmaße, die die Pockmania erreichten, führten zu einem nicht zu unterschätzenden Druck für Kinder und Eltern. Vor allem, wenn das Geld nicht zur Verfügung stand. Es ging nicht darum, mit Wissen das eigene Image aufzubessern, sondern wer nicht Bescheid wusste oder sich nicht dafür interessierte, verlor Ansehen. Und das forderte viel Selbstvertrauen. Hier verdeutlichten sich schon für Kinderaugen mögliche Armutsprobleme, beziehungsweise ein möglicher Konflikt zwischen Arm und Reich. Dabei ging die Verhältnismäßigkeit der kleinen Geschenke schnell verloren. Erklärbunden für den großen Erfolg der Po bei Kindern. Po überforderte inhaltlich nicht, bot aber auch nicht viele Perspektiven oder Hilfestellungen. Das perfekt durchkonstruierte Arrangement der 150 Po folgte im Kinofilm aber schnell die 151ste. Danach kamen noch 99 weitere hinzu, damit es immer noch etwas Neues zu kaufen gab. Anschließend folgte das Anschlussprodukt Digimon, um den Erfolgskurs weiter auszubauen und zu sichern. Der Erfolg von Po zeigt, wie sehr Kinder diese Fantasiewelten genießen. Welten, Welten voller ernstzunehmender, aber beherrschbarer Farbentiere. Welten, zu denen Erwachsene nicht wirklich Zutritt haben. Vor allem zeigt Po, wie gezielt ein Trend gesetzt wird. Ein Trend, der Kinder eben doch nur zu Kunden macht. Jedoch bleibt anzumerken, dass Po einen männlichen Helden hat. Seine Freundin Misty bleibt bloß Begleitung. Diese Rollenverteilung ist im Kinderfernsehen leider nicht ungewöhnlich. In Bezug auf die Geschlechterverteilung bei den Hauptrollen im Kinderfernsehen, zeigte sich ein sehr unausgewogenes Verhältnis, eventuell noch heute. Kein Wunder also, dass die älteren Mädchen andere Angebote suchen. Die Aneignung, also das, was Kinder mit dem Fernsehen machen, ist vielfältig und nicht durch einen oberflächlichen Blick ins Programm zugänglich. Hier ist es notwendig, Kindern zuzuhören und sie auch im Bereich Fernsehen ernst zu nehmen. Das heißt auch, sie zu verstehen und zu unterstützen, wie sie sind und nicht, wie wir sie gerne hätten. Kinder sehen fern, das mag uns gefallen oder nicht und ziehen sich etwas aus dem Programm heraus. Letztendlich machen sie nichts anderes als die Erwachsenen. Die nutzen Fernsehen zur Information, zur Unterhaltung, zur Gestaltung sozialer Situationen oder um aus dem Alltag in die Welt der Fantasie abzutaufen. Für Eltern und Pädagoginnen wie Pädagogen bringt dies die Notwendigkeit zur Fortbildung mit sich, um zumindest in Ansätzen ihre Kinder überhaupt noch verstehen zu können. Ihnen kommt die Aufgabe zu, Fernseh- und Konsumkompetenz zu vermitteln, wofür sich für Erzieherinnen und Erzieher spezielle Aus- und Fortbildungen anbieten. Neben dem Nachvollziehbarmachen der Anleignung und der Integration in den Kinderalltag geht es darum, auf Grenzen und Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. Problematische Schränkungen sind auch bei kommerziellem Erfolg sorgfältig zu beobachten und problematische Deutungsmuster aufzudecken. Doch auch Medienproduzierende müssen sich der Verantwortung bewusst stellen, ebenfalls mithilfe einer Weiterbildung. Vielfältigkeit muss bewahrt und weiter ausgebaut werden, um Entwicklungsräume aufzubauen, die Kindern helfen, die Welt zu verstehen und den Alltag zu bewältigen. Später, wenn diese Kinder erwachsen sind, kann durchaus der Wunsch entstehen, verlorene Kindheitserlebnisse zeitweise zurückzuholen. Po schafft Gemeinschaft und bahnt Gespräche an, aber nur auf kleinstem gemeinsamen Nenner. Die Po sind ein Zeichen für die Veränderungen der Kinderwelt. Oftmals gehen sie mit elektronischen und gedruckten Medien distanzierter und professioneller um als Erwachsene. Kinder und Jugendliche haben immer mehr Geheimnisse vor den Erwachsenen. Für Erwachsene wird es immer schwerer, die Kinderwelt zu dechiffrieren. So auch das Phänomen Po. Das bedeutet nicht ein Verschwinden der Kindheit, sondern ein Verschwinden des Erwachsenseins. Die Infantilität des massenkulturellen Geschmacks bestätigt diese These. Kinder im Umgang mit Werbung Beim Umgang der Kinder mit Werbung stellen sich verschiedene Fragen. Ab welchem Alter verstehen Kinder Werbebotschaften? Können Vor- und Grundschulkinder zwischen Werbung und Programm unterscheiden? Welches Werbeangebot im Fernsehen nehmen Kinder wahr? Wie prägt Werbung das Weltbild von Kindern? Öffentlich wird diskutiert, ob Kinder den Werbedruck des Fernsehens überhaupt noch aushalten können und ob sie fähig sind, mit der Werbung sinnvoll umzugehen. Die Beliebtheit von Werbung bei Kindern gründet sich bei den Jüngeren darauf, dass Werbung oftmals kurz und verständlich ist und mithilfe optischer oder sprachlicher Merkmale Aufmerksamkeit erzeugt. Die meisten Kinder kennen die bekanntesten Werbesprüche und verwenden sie auch in ihrer Alltagskommunikation. Bereits als Kleinkinder reagieren Kinder auf Schlüsselreize, Musik, Symbole, Slogans und greifen sie zum Teil in ihren Dialogen auf. Dass Kinder sich im Straßenverkehr möglichst früh auskennen sollten, wird wohl auch der stärkste Autoregner zubilligen. Niemand käme deshalb wohl auf die Idee, Kindern die Verkehrsregeln nicht zu erklären oder ihnen Tipps zur eigenen Sicherheit und Selbstständigkeit zu verwerfen. Ebenso sieht es mit der Medien- und Konsumwelt aus. Kinder leben in dieser Welt, wachsen in ihr auf und müssen lernen, sich darin zurechtzufinden. Wer sein Kind abschirmt, schränkt auch die Möglichkeiten einer Orientierung und sinnvollen Umgangsweise ein. Einfach nichts zu tun und die Kinder sich selbst zu überlassen, erscheint nicht die richtige Strategie. Denn Kinder brauchen bei der Orientierung in dieser komplexen Welt auch Hilfen und Erklärungen von Erwachsenen. Für den Bereich des Kindergartens liegen mit dem Forschungsprojekt Vermittlung von Werbekompetenz gezielte medienpädagogische Strategien so für der Grund der Werbekompetenz von Vorschulkindern, Eltern und Erzieherinnen wie Erziehern vor. Die Frage muss sein, ob es der Medienpädagogik gelinnen kann, Vorschulkinder mittels medienpädagogischer Angebote zu einer besseren Trennung von Programm und Werbung zu bewegen, sowie ihnen die Intention von Fernsehwerbung zu vermitteln. Um diese Ziele umzusetzen, wurden unterschiedliche medienpädagogische Bausteine entwickelt. Diese Bausteine sollen Aspekte der Werbekompetenz fördern. Kinder sollen Werbung und Programm anhand formaler Kriterien unterscheiden können. Außerdem sollen sie weitere Merkmale von Werbung beschreiben können. Merkmale zum Erkennen von Werbung wissen und wissen, warum Werbung gezeigt wird. Po. Aufzeigen der Widersprüche der Kulturen. Die Po repräsentieren einen Zug der gegenwärtigen Kultur. Die Reduktion von prallen Formen des Lebens auf einen Satz Informationen. Die Herstellung von analogen Lebewesen durch Kontrolle ihrer digitalen Informationen. Das könnte der Traum des 21. Jahrhunderts werden. Wir nehmen in die Hände, was wir bis vor kurzem einen allmächtigen Gott und bis heute einer noch nächtigeren Natur zuverschneiden. Die Zufälligkeit unserer Existenz. Seinen Höhepunkt erreicht diesen ersten Po-Film durch die Entwicklung von Mewtwo aus einer Augenbraue des Urzeitpo-Mew. Aber Mewtwo fühlt sich nicht wie ein wissenschaftliches Experiment. Es lebt und fühlt. Es wird wütend und droht. Euch werde ich zeigen, wozu ich fähig bin. Mit weiteren Po-Klonen versucht Mewtwo, die Herrschaft an sich zu reißen und Rache zu üben. Es erweist sich als Retter der Welt, der dem unglücklichen Klon am Ende zeigen kann, dass nicht die digitale Herkunft das Entscheidende ist, sondern was man daraus macht. Das analoge Leben. Welche Folgen hätte es für einen Menschen, wenn er wüsste, dass seine Existenz, womöglich sein Leiden an der Welt, nicht Ergebnis eines unerforschlichen göttlichen Ratschlusses oder einer zufälligen und blinden Natur ist, sondern das Ergebnis menschlicher Entscheidungen. Wie wichtig ist die Unverfügbarkeit über die Grundlagen unserer Existenz? Das Radikale und Unausweichliche an diesem Problem ist, dass nicht nur das Klonen oder genetische Manipulieren diese Fragen aufwirft, sondern auch das Nichtstun. Denn dies kann uns nun zugerechnet werden. Schon die bloße biotechnische Möglichkeit verändert unser Selbstverständnis. Der erste Po-Film ist eine treffende Repräsentation der Widersprüche, in die unsere Kultur der Totalkontrolle, der Digitalisierung des Klonens von Lebewesen geraten wird. Der Charme der Geschichte liegt in der Verbindung der bürgerlichen Botschaft des Autonomen, des Pflichtbewussten, an sich arbeitenden Subjekts mit stabiler Identität, der Identifikation mit einem Helden, der man selbst sein könnte, und einer fantastischen, geradezu beliebigen Welt der Konstruktionen, der instabilen Identitäten, der postmodernen Dekonstruktion. Vielleicht besitzen Sympathisanten der Po ein besonderes Gespür für die Widersprüche einer Kultur. Vielleicht ist überhaupt der pädagogische und erwachsene Blick auf Kindheit und Jugendlichkeit nur selbstvergessene Projektion. In der individuellen Erinnerung, wie in der pädagogischen Zugrischung von Kindheit, scheinen wir immer noch davon auszugehen, Kinder und Jugendliche vor der Welt schützen zu müssen. Fazit Die interessanteste Frage dieser Arbeit kam viel zu kurz. Inwieweit bestimmen Kindheitserlebnisse das spätere Handeln als Erwachsene? Dieses ließe sich an vielen Beispielen untersuchen. Jedoch sind die vorliegenden Forschungsergebnisse ungenügend. Ich zähle nicht nur auf künftige Wissenschaftler, sondern ebenso auf Journalisten und informative Entertainer, sich mit entsprechenden Forschungsgebieten noch weitreichender auseinanderzusetzen. Poco ist ein neues Spiel, das als spaßiger Zeitvertreib dient. Entsprechend besitzt es sicher auch Suchtfaktor. Das ist das Ziel der Macher solcher Spiele. Und das Geheimnis liegt oftmals darin, dass es den Nutzern nützt oder die Anwendung Spaß macht. Die Besonderheit in diesem Spiel liegt neben zahlreichen unterschiedlichen Wesen vor allem in der sportlichen Betätigung an frischer Luft. Damit können Anwender der App Poco neue Leute, nicht zwingend nur gleiche Sünde, kennenlernen und ihrem Körper gleichzeitig etwas Gutes tun. Ob man das Spiel mag oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Sicher führt die sportliche Betätigung auch dazu, dass der Hype von Poco nicht ewig wird. Dennoch ist das Spiel revolutionär und wird wohl eine neue Ära der Games einleiten. Die Zeit, als sich Gamer einsam in ihren Zimmern zerquischen mussten, vereinsamten und womöglich körperlich und psychisch Schaden nahmen, ist vorbei. Danach folgten viele weitere Entwicklungen, ebenso wie wohl auch noch viele weitere Entwicklungen folgen werden. Zu viele Leute spielen zu gerne, als dass ich die Entwicklung der Games aufhalten ließe. Wenn diese dazu führen, Kontakte zu schließen und sportlich aktiv zu sein, sehe ich diese Fortschritte aber positiv und in die richtige Richtung willen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt. Dies soll es bei Hot and Hot, Hot and Hot, Hot and Hot, nicht geben. Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen. Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist, bei dem ich trotzdem versuche, immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen. Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit. Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel Andere aus, die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft bis zum Erbrechen vorsetzen. Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Short-Show aufziehen. Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten. Ich mache immer noch alles selber. Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit. Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hot and Hot. Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren. Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken, die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte. Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben. Ich arbeite an so vielen Projekten, dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält, wenn man einige Titel ein paar Mal öfter hört. Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause. Bei Hottentot immerhin nur eine Sommerflause. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß. Wunderbar, Wunder, Wunder, Wunderbar, Wunderbar, Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ist alles, was... Die gehen mir auf den Sack, echt. Ja, das ist... Drei Mal. Drei Mal. Die gehen mir auf den Hübschen. Bis zum nächsten Mal. Bine gingen auf den Sack. Es macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene, bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Bis zur Sonne und noch weiter. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich für den musikalischen Hintergrund Shorts for David von PIX bearbeitete. Darauf folgt Butterbrotstulle, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Unterstreichung dieser Version bearbeitete ich Turbo Tornado von Admiral Bob. Anschließend spiele ich Mein Monster, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung DJ Kottpuls' George Elinas Remix von George Elinas bearbeitete. Danach lasse ich hören Du schmorst in der Hölle, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Leibs von Donny Trost bearbeitete. Und last but not least Adi Halsmaul, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Untermalung bearbeitete ich Milk and Honey von Habibi Cetam sowie Dümtektek von Hadi See. Viel Spaß! Bis zur Sonne und noch weiter Gehe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Kämpfe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Lebe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Du bist das Beste für mich Bis zur Sonne und noch weiter Bin ich für dich da Du kannst immer auf mich zählen Heute, Morgen, dort und da Ich denke nur an dich Immerzu und überall Für dich stehe ich gerne auf Wenn ich mal falle Ich möchte nur noch dich Am liebsten immer in meiner Nähe haben Du kostest Kraft Doch ohne dich Hätte ich noch mehr Narben Bis zur Sonne und noch weiter Gehe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Kämpfe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Lebe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Du bist das Beste für mich Das Beste dieser Welt Bist du für mich Du weißt Ich kämpfe für dich Immerzu und überall Hier und da Ohne dich Komm ich nicht mehr klar Deshalb sage ich dir Ich kämpfe für dich Jederzeit Überall Du bist alles für mich Bis zur Sonne und noch weiter Gehe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Kämpfe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Lebe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Du bist das Beste für mich Ich fühle mich stark Ich fühle mich stark Denn du bist da Ohne dich Käme ich nicht klar Nur durch dich Lebe ich Und für dich Sterbe ich Mit dir an meiner Seite Geht die Welt nie unther Du bist wunderbar Machst meine Welt Viel bunter Bis zur Sonne und noch weiter Gehe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Gehe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Kämpfe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Lebe ich für dich Bis zur Sonne und noch weiter Du bist das Beste für mich Du bist die Butterbrotstulle Du bist meine Kanznulle Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle Du bist das, was ist jetzt Wulle Du bist so frisch und elegant Ich nehme dich so gerne in die Hand Du bist im Moment alles für mich Was wäre es nur ohne dich Butterbrotstulle Butterbrotstulle Oh, meine Butterbrotstulle Butter, Butter, Butterbrotstulle Oh, meine Butterbrotstulle Meine kleine Butterbrotstulle Du bist die Butterbrotstulle Du bist mir nicht keine Schnulle Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle Du bist das, was ist jetzt Wulle Butterbrotstulle, Butterbrotstulle Oh, meine Butterbrotstulle Butter, Butter, Butterbrotstulle Oh, meine Butterbrotstulle Meine kleine Butterbrotstulle Du machst mich satt mit deiner Liebe Du bist alles, befriedigst meine Träbe Du bist das einzig Wahre für mich Du bist meine Butterbrotstulle Ich liebe dich Du bist die Butterbrotstulle Du bist mir nicht keine Schnulle Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle Du bist das, was ist jetzt Wulle Du gibst mir mehr, als mir jeder andere geben kann Ich will nur noch bei dir sein und denke Oh Mann, du bist alles, was für mich noch zählt Meine Zukunft wird nur durch dich erlebt Butterbrotstulle, Butterbrotstulle Oh, meine Butterbrotstulle Butter, Butter, Butterbrotstulle Oh, meine Butterbrotstulle Meine kleine Butterbrotstulle Du bist die Butterbrotstulle Du bist nämlich keine Schnulle Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle Du bist das, was ich jetzt wolle. Butterbrotstulle, Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Butter, Butter, Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Meine kleine Butterbrotstulle. Ich vergesse nie, wie zärtlich du zu mir bist. Wie geschmackvoll du in deiner Seele bist. Ich liebe dich so. Ich könnte dich fast fressen. Bis für bis. Ich werde dich nie vergessen. Du bist die Butterbrotstulle. Butterbrotstulle. Du bist mein Kanschnulle. Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle. Du bist mein Monster. Kuschel, weiß und Sand. Du bist mein Monster. Zart im besimmlichen Tanz. Du bist mein Monster. Doch schütz mich vor den Bösen. Du bist mein Monster. Von meinem Schmerz kannst du römisch erlösen. Du bist mein, du bist mein, du bist mein Monster. Du bist mein Monster. Du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr wirst du sogar bei mir sein. Doch bin es auf dem Irrweg. Und du mich wieder ein. Für dich laufe ich bis ans Ende dieser Welt. Du und ich vereint. Das ist alles, was für mich zählt. Und wenn du mal nicht bei mir bist, mein Monster, dann vermisse ich dich. Du machst meine Welt um so viel bunter. Wäre ich nicht ganz bei dir, dann wäre es ein Wunder. Du bist das Wichtigste. Das, was ich so sehr brauch. Ich kämpfe dich. Und du für mich auch. Du bist mein Monster. Kuschel, weiß und Sand. Du bist mein Monster. Zart im besimmlichen Tanz. Du bist mein Monster. Doch schütz mich vor den Bösen. Du bist mein Monster. Und meinen Schmerz kannst du so nicht erlösen. Du bist mein, du bist mein, du bist mein Monster. Du bist mein Monster. Du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg. Und du mich wieder ein. Alle Arenen besuchen wir gemeinsam. Bist du nicht da, bin ich so einsam. Wir kennen jeden Siegerinnen. Aber nur gemeinsam zu gewinnen. Ich will mit dir auf dem Treppchen stehen. Wisch umarmen und dann sehen. Wohin unsere nächste Kreis geht. Mit dir ist jeder Schmerz unterwegs. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster. Kuschel, weiß und Sand. Du bist mein Monster. Zart im besimmlichen Tanz. Du bist mein Monster. Doch schütz mich vor den Bösen. Du bist mein Monster. Und mein Schmerz kannst du mir ruhig erlösen. Du bist mein, du bist mein, du bist mein Monster. Du bist mein Monster. Du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg. Und du schütz mich wieder ein. Du bist mein Monster. Du kannst gefährlich sein, und irgendwo Gefahr wirst du schon noch bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg und tu mich wieder ein. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, tritt Knustrüchter zum Salat. Duschmus in der Hölle, es geht doch im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, tut das nicht alles. Duschmus in der Hölle, das sagte der Koran. Doch ist das Kresse hier, es stürt das nicht an. Gute Frau, böse Frau, fast alle Frauen, das sind im Koran. Doch ist das Kresse hier, es stürt das nicht an. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, tritt Knustrüchter zum Salat. Duschmus in der Hölle, es steht da im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tue das nicht an. Ich möchte mit dir zugrunde gehen, dich immer an meiner Seite sehen. Ich möchte dorthin, wo du auch hingehst und du nur durch mein Feuer gehst. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, tritt Knustrüchter zum Salat. Duschmus in der Hölle, es steht da im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tue das nicht an. Der Prophet kommt nicht an mir vorbei, ich schütze dich auf Lebenszeit. Du wirst mit mir ins Paradies eingehen. Ich will dich ewig an meiner Seite sehen. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, tritt Knustrüchter zum Salat. Duschmus in der Hölle, es steht da im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tue das nicht an. Duschmus in der Hölle, nein, ich tue das nicht an. Duschmus in der Hölle, tritt Knustrüchter zum Salat. Duschmus in der Hölle, es steht da im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tue das nicht an. Anson大的 Monat interessante Begr mínimo auf essayer Katneke Lange Tschüss, wir haben eine Frage hierüber irgendwie. Das war Schmus in der Hölle, das ist mir cool. Quand du das in die Hölle, das war so genau. Adi, 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 Ad Ab die Halbsmaul, Ab die Halbsmaul, Ab die, Ab die, Ab die, Ab die Halbsmaul. Ich mache jetzt den Kürhauflag, der geht mir lange auf den Sack, so wie ich schon gerne werde, besser, aber die soll sterben. Ich bin besser, ich bin besser, ich bin besser, ich bin besser als Adolf Hitler, ich bin besser, ich bin besser, ich bin besser als Adolf Hitler. Ab die Halbsmaul, Ab die, Ab die, Ab die Halbsmaul, Ab die, Ab die, Ab die Halbsmaul, Ab die, Ab die, Ab die Halbsmaul, Ab die, Ab die Halbsmaul, Ab die, Ab die, Ab die Halbsmaul, Ab die, Ab die Halbsmaul, Ab die, Ab die Halbsmaul, Ab die Halbsmaul, Ab die Halbsmaul. Atti, 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 Atti Halbzmaul Lasst den Atti sterben Lasst den Atti sterben Lasst den Atti sterben Adi, 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 Adi. Adi, 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 Ad Lasst die Natti sterben! Lass die Natti sterben! Atti, halt's Maul! Atti, atti, ati halt's Maul! Atti, atti, atti halt's Maul! Atti, 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 atti halt's Maul… Atti. Addi Halbsmaul, Addi Halbsmaul, Addi Addi, Addi Halbsmaul. Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwanzläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich! Wunderbar, wunder, wunder, wunderbar, wunderbar, wunderbar! Dann fahr eine Almehaut in Chai! Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ist alles, was... Die gehen mir auf den Sack erst. Ja, das ist... Alles, was... Das ist alles, was... Und I had ever been afraid of another life, another happy ending. It cuts like a knife, another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Es macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene, bekannte, musikalische Werke. Ich beginne mit Verlenerter Trailer. Meine Zitatsammlung mit besonderem Augenmerk auf Star Wars Episode 7 Das Erwachen der Macht mit der musikalischen Untermalung durch eine von mir bearbeitete Version von Somewhere Love Is Closer Now, welches im Original DJ Lan veröffentlichte. Darauf folgt The Queen Is Not Amused Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich hierbei verrückt von Eisbrescher. Anschließend spiele ich Sei das Küken meines Lebens, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Unterstreichung Space Bazooka von Kirkhold bearbeitete. Danach lasse ich hören Frauen sind das Beste dieser Welt, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Reverie Small Team von Ghost bearbeitete. Und last but not least Ich lasse den Papst verrecken, weil es die Kirche will. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung La Madeline Atruf Composed by Chervis von Bassmatic bearbeitete. Viel Spaß! Wer bist du? Meine liebe Miss Everdeen Ich sie, dich sie 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida Ich bin niemand Ist klar, diese Wörter, ich möglichst verstehe, was ich halt gesagt Dank Die Fans sind die Seele des Spiels Der Funktionär und der Fan Der Ultra Das macht mich stolz und dankbar Schlampe Ich weiß was denken, über diese Spiele her Der Untertitel ist wichtig, dass du sie mit einem Schleid in der Lage bist! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Snow muss für das bezahlen, was er getan hat. Und das alles, was... Nein, nein. Sie gehen mir auf den Sack, ey. Einfach alles. Er hört sich wunderbar an. Als ich den Kabinengang betrat, warfen die Zuschauer Bierflaschen nach mir. Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und eigentlich müsste sich das doch aber noch regeln lassen, also... Richtet eurer Waffen! Die dunkle Seite. Nutzen wir ihn. Ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Und du kleiner Blindenvogel, darfst du auch mitspielen? Ey, Schwarzer, darfst du auch mitspielen? Die Leute, die in der Losstecke, die Gelder aus der Tasche ziehen. Die Jäte. Ein Trainerin, nicht ein Idiot. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Burensohn. Sprach- und Sehstörungen. Taking all your dreams and for you. People, honey, touch the ground. All das gibt es. Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Wenn du all dem ein Ende setzt. Ich bin immer verletzt. Unser Held im Himbeerfeld. Diese alte schöne Welt. Die Macht. Heute Nacht. Die kommt aus dem Nichts. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Wenn man keinerlei Verantwortung hat. Es sind nur die Wörter. Bla, 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 bla. Wer ruft nach dir? Du Arsch. Du Wichser. Hurensohn. Missgeburt. Schlampe. Jetzt kommen auch noch die Fans. Heises. Losers gonna sneak up on ya. It won't even make a sound. Taking all your dreams and for you. People, honey, touch the ground. Losers gonna sneak up on ya. It won't even make a sound. Taking all your dreams and for you. Lass es einfach zu. Was lachst du? Ganz einfache Lösung. Geht schnell, ne? Als Zeichen der Demut sieht man Jesiden, Steine, Leuchter und Türschwellen küssen, wenn sie das Allerheiligste betreten. Dann gehöre eine Al-Martin-Chair. Ich glaube fertig. Lass es einfach zu. Was lachst du? Ganz einfache Lösung. Geht schnell, ne? Als Zeichen der Demut sieht man Jesiden, Steine, Leuchter und Türschwellen küssen, wenn sie das Allerheiligste betreten. Dann gehöre eine Al-Martin-Chair. Ich glaube fertig. Ich glaube fertig. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen is not amused. Sie schaut nur so vertritt. Ich mache hier, was ich will, auch wenn ich schieße übers Ziel. Doch ich bin Freigeist, Exzentiker, auch je nach Gegner Kritiker. Der Herr meines eigenen Sehtes, der mein Freund ist, versteht es. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. Ich beobachtet meine Aktivitäten nur halb, verfolgt mich dafür aber äußerst kalt. Manchmal weiß ich selbst nicht, was ich tat, doch werde aus plötzlichem Himmel verjagt. Dabei ist das sicher alles nur ein Scherz. Was soll denn, alter Scherz? Doch es bleibt, egal wie man es auf Stutz, The Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. Aus jeder Mücke wird ein Elefant. Nach jedem Trotten beginnt ein Feuertand. Mit aller Macht wird man mir gesucht, mit voller Wucht auf meine Fragen gespucht. Was das soll, das weiß wohl keiner. Wie sollte das auch einer? Grundstelle hat's doch in einem halben Jahr. Was davor war, bleibt nun klar. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. Nur eines, das ist sicher, und das wird leider bitter. The Queen is not amused. Sie schaut nur so verdurzt. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen, the Queen is not amused. The Queen, the Queen is not amused. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Liebe würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Der Tag, an dem wir uns begegnet sind, noch immer in meinem Herzen brennt. Ohne dich möchte ich nie mehr sein. Denn mein Glück bringst mir nur du allein. Die Flamme unserer Liebe soll ewig brennen. Diese Kerze soll niemals ein Ende kennen. Ich fühle mich so viel stärker nur durch dich. Einfach weil du gern an meiner Seite bist. Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergeben. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Liebe würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Ich möchte noch eine lange Zukunft mit dir. Ich bin glücklich, wenn du bleibst bei mir. Nur durch dich kann ich mich selber finden und zu dem werden, was mir bestimmt ist. Ich weiß genau, du tust mir gut. Von dir bekomme ich nie genug. Ich gehe wohin du mich auch treibst. Ich möchte nur, dass du für immer bei mir bleibst. Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Liebe würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Der Tag an dem wir uns begegnet sind. Noch immer in meinem Herzen brennt. Ohne dich möchte ich nie mehr sein. Denn mein Glück bringst mir nur du allein. Die Flamme unserer Liebe soll ewig brennen. Diese Kerze soll niemals ein Ende kennen. Ich fühle mich so viel stärker nur durch dich. Einfach weil du gern an meiner Seite bist. Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Ich möchte noch eine lange Zukunft mit dir. Ich bin glücklich, wenn du bleibst bei mir. Nur durch dich kann ich mich selber finden. Und zu dem werden, was mir bestimmt ist. Ich weiß genau, du tust mir gut. Von dir bekomme ich nie genug. Ich gehe wohin du mich auch treibst. Ich möchte nur, dass du für immer bei mir bleibst. Sei das Kücken meines Lebens. Ohne dich wirkt alles vergebens. Ich möchte dich für immer bei mir haben. Du heilst jeden Schmerz und alle Narben. Ich möchte mich niemals von dir fortbewegen. Lieber würde ich mich selbst aufgeben. Doch dann wäre es keine Liebe mehr. Ich bin glücklich mit dir. Was will man mehr? Frauen sind das Beste dieser Welt. Nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt. Alles, was aus dieser Welt noch zählt. Frauen sind voller Gefühl und zart. Und bleiben dennoch immer stark. Diplomatisch süß charmant. In der Welt sehr wohl bekannt. Das Beste, was einem Mann passieren kann. Frauen sind das Beste dieser Welt. Nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt. Alles, was auf dieser Welt noch zählt. Sie stecken oft zurück. Für ihres Mannes Glück. Halten alles fest zusammen. Fraglich, wie wir ohne sie auskamen. Gut, wenn wir eine von ihnen bekamen. Frauen sind das Beste dieser Welt. Nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt. Alles, was auf dieser Welt noch zählt. Wenn eine Frau, die mit deines Herzens trifft. Weißt du erst, was Liebe ist. Wir dürfen sie nicht unterdrücken. Sie höchstens zärtlich an uns drücken. Denn nur durch sie kann unser Leben glücken. Frauen sind das Beste dieser Welt. Nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt. Alles, was auf dieser Welt noch zählt. Behandelt eure Frauen gut und habt auch gerne den Mut, jederzeit für sie einzustehen. Dann werdet ihr bald sehen, Glück ist, wenn sie zu euch stehen. Frauen sind das Beste dieser Welt, nicht zu bezahlen mit viel Geld. Frauen sind das Beste dieser Welt, alles was auf dieser Welt noch zählt. Frauen sind das Beste dieser Welt, nicht zu bezahlen mit viel Geld. Weil es die Kirche will, ich lass den Papst verhecken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhecken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhecken, das macht ein guter Christ. Begehe keine schlechte Tat, das hat die Bibel gesagt. Auch nicht, wenn du was Gutes willst. Mittel werden nicht geheiligt vom Ziel. Ich soll mich gut verhalten und stetig mein Herz einschalten. Das Ergebnis ist zwar manchmal hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verhecken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhecken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhecken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhecken, das macht ein guter Christ. Er kehrt ein in sein Paradies und das ist noch nicht mal mies. Das will die Kirche so und alle Menschen sind sehr froh. Wir wählen eben frisch. Der weiße Rauch ist schon in Sicht. Das Ergebnis ist zwar hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verhecken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhecken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhecken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhecken, das macht ein guter Christ. Wir können es komfassen, so entsteht Liebe, niemals hassen. Das Ergebnis ist zwar hart, aber ich begehe keine schlechte Tat. Ich lass den Papst verhecken, weil es die Kirche will. Ich lass den Papst verhecken, das ist das Kirchenziel. Ich lass den Papst verhecken, weil man Gutmensch ist. Ich lass den Papst verhecken, das macht ein guter Christ. Ich lass den Papst verhecken, das macht ein guter Christ. Aufgrund jüngster Ereignisse fühle ich mich in meiner künstlerischen Freiheit zu sehr beschnitten. Da mir diese überaus wichtig ist, reagierte ich nun entsprechend, um wieder mehr Freiheit zu gewinnen. Und startete mein eigenes kleines Webradio. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Ab sofort zählt das Radio höhere Hochdatstitel mit der Abkürzung HOT zum aufsteigenden HOT Entertainment. Wer sich mit meinen Arbeiten noch näher auseinandersetzen möchte, kann dies gern dort tun. Derzeit ist der Sender noch klein und benötigt einige weitere Treuern. Doch ich bin überzeugt, dass hier in schnellstmöglicher Zeit etwas Gutes entstehen und wachsen kann. Material habe ich genug da. Sowohl selbst produziert, wie auch von anderen. Wer mit diesem zusätzlichen Antwot ein Problem haben sollte, kann mir gerne mal den Wok runter wünschen. Dann sag ich, ich fahre damit einen chinesischen Wok runter. Es wäre noch vieles zu sagen, aber... Dann fahre eine Alba at the jail! Wunderbar, wunder, wunder, wunderbar, wunderbar. Dann fahre eine Alba at the jail! Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Ach, sie gehen mir auf den Sack, ey. Otherwise... Dann fahre eine Alba! Das war ein Gutes! Das war ein Stück erneut. wave die Vor近epalde, Und I had ever been afraid of another life, another happy ending. It cuts like a knife, another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Es macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene, bekannte, musikalische Werke. Ich beginne mit... Und für manche klingt es wie eine Thron, wenn ich das sage. Ein musikalisches Werk, bei dem ich mich insbesondere auf die Zitate des Herrn Raab bezog, zur musikalischen Unterstreichung einer von mir bearbeiteten Version von LONKIN, das Original präsentierte Go to Nark. Darauf folgt... Angela, ich liebe dich. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich Cotton Eye Joe von Rednecks. Anschließend spiele ich... Mein Partner, der heißt Ash, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Organometron von Spinning Merkaba bearbeitete. Danach lasse ich hören... Fick dich, Kirsche! Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Dream on the Side Instrumente von Ivan Shaw bearbeitete. Und last but not least... Ich liebe dich, mein Köken! Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, zur musikalischen Unterstreichung einer von mir bearbeiteten Version von Why I'm Unlovable von den Fireproof Babies. Viel Spaß! Und für manche klingt's wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage... Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und da habe ich mir gedacht, Lieder sagen mehr als tausend Worte. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Tanzen hier schon den Biene-Maja-Tanz. Das reicht nicht, nein, einfach nicht ganz. Aber im Großen und Ganzen, aber im Großen und Ganzen, ähm... Tanzen, 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 Tanzen hier schon den Biene-Maja-Tanz. Das reicht nicht, nein, einfach nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Pannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Ich finde TV total eine wunderbare Sendung. Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Ich bin hier wegen Fußballer, nicht wegen Ihrem Spaß. Entschuldigung, bitte. Ach so, ja, aber machen Sie sich nichts draus, ne? Nein, genau. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Deswegen, dass es ja eigentlich ist, das ist ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Und wir haben das dann gezeigt bei der darauffolgenden Betten-Dass-Sendung. Ja, da war immer so mein, mein, das ist, das ist, das ist eine Gratwanderung. Das ist eine Gratwanderung. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg und das ist genau das Publikum, ja? Ja, also das ist eine katholische Erziehung. Das war ja meine Entscheidung, das war meine persönliche Entscheidung. Das hat aber seine Ordnung. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Erst an dem Abend lüften ist aber dann schon aufgedeckt worden von der Zeitung. Ja, da gab es eine alte Regelung. Es gibt keine private Regelung, Punkt. Ein wenig gute Unterhaltung. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Wie ist jetzt bei euch die Stimmung? Sexuelle Orientierung. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Den Fan, den wir uns wünschen, der soll friedlich sein, der soll kritisch sein und dann ist auch alles in Ordnung. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Selbstmordattentate. Selbstmordattentate, Selbstmordattentate. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe ja nicht ganz. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Sie wissen auch, ob derjenige den ganzen Tag was auf roten Seiten hatte. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, Die Frage ist, können wir das alles wirklich leisten? Und das ist eine der wichtigsten Fragen. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. Und für manche klingt es wie eine Drohung, wenn ich jetzt sage, ich gehe ja nicht ganz. und für das ist richtig. Ancela, Ancela, Ancela ich liebe dich, Ancela ich liebe dich. Ancela ich liebe dich. Angela, 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 ich liebe dich Angela, ich liebe dich Angela, ich liebe dich Du lässt kein gutes Haar an mir Nichts, was es tut, gefallen ist dir Ich weiß genau, du magst nicht nichts Doch Angela, ich liebe dich Angela, 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 ich liebe dich Angela, ich liebe dich Angela, ich liebe dich Du bist total befangen Möchtest mich verbannen Ich weiß genau, du magst nicht nichts Doch Angela, ich liebe dich Angela, Angela, ich liebe dich Angela, ich liebe dich Angela, ich liebe dich Angela, ich liebe dich Ich sollte Pin und Pfeffer weg Möchtest du das mit Papett? Ich weiß genau, du magst nicht nichts Doch Angela, ich liebe dich Angela, 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 ich liebe dich Angela, Angela, ich liebe dich Angela, ich liebe dich Ich liebe dich Mein Partner, der heißt Esch, der ist ja Esch's Geschlecht, dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns auch ein bisschen. So kann die Reise weitergehen, werden die Welt noch sehen, gemeinsam in jedem Kampf, bis zum nächsten Fingerabkampf. In allen Ländern werden wir kentern, überall unter anderem Namen, doch eines wird sich niemals ändern, wir gehen bald, nachdem wir kamen. Mein Partner, mein Partner, mein Partner, der heißt Esch, der ist ja Esch's Geschlecht, so kann die Reise weitergehen, wir können die ganze Welt noch sehen. Alle Monster bleiben in meinem Sack, dabei ist was für jeden Geschmack, so können wir zum Trainer werden, gemeinsam bis wir sterben. Mein Partner, der heißt Esch, der ist ja Esch's Geschlecht, dazu die Freundin Misty, wir verstehen uns auch ein bisschen, so kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen, gemeinsam in jedem Kampf, bis zum nächsten Fingerabkampf. Wir sind bald überall bekannt, ständig einen Ball in der Hand, so sehen wir über alle Länder, über Peise und auch Felsia. Mein Partner, mein Partner, mein Partner, mein Partner, der heißt Esch, der ist ja Esch's Geschlecht, so kann die Reise weitergehen, wir können die ganze Welt noch sehen. werem Ni. Grohl ist der D finishing vic committing a tree, der ist ja Esch você, das ist ja Esch's Geschlecht, so kann die Reise weitergehen, wir werden die Welt noch sehen, Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum Nicht-Kinder-Kampf. Mein Partner, mein Partner, mein Partner, der heißt Ash. Der ist der Eftene Flash. So kann die Reise weitergehen. Wir können die ganze Welt noch sehen. Mein Partner, der heißt Ash. Der ist der Eftene Flash. So kann die Reise weitergehen. Wir werden die Welt noch sehen. So kann die Reise weitergehen. Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum Nicht-Kinder-Kampf. Mein Partner, der heißt Ash. Der ist der Eftene Flash. So kann die Reise weitergehen. Wir werden die Welt noch sehen. Gemeinsam in jedem Kampf, bis zum Nicht-Kampf mit Abkommen. Daniel fließt und거야 Mit-Kampf mit Abkommen. Dann kommt diese Zeit först. So kann die Reise weitergehen an. So kann die Reise weitergehen. Und dann in jedes Zimmer claim. So kann die Reise weitergehen. Ficktes Körsen Ficktes Körsen Fick dich, Kirche! Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Kirche! Ich lebe wie ich will. Ich liebe wen ich will. Ich bin meines Glückes Schmied, vielleicht besteuert durch den Trieb. Doch ich liebe wen ich will. Ich weiß genau, was ich will. Du wirst das nicht ändern können und mich in dieser Sache niemals ködern können. Also, Fick dich, Kirche! Fick dich, Kirche! Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Kirche! Fick dich, Kirche! Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Kirche! Vielleicht bin ich ein frommer Mensch, aber in der Sache trage ich nicht meinen Kelch. Ich weiß, wem und was und wo ich will. Von Beschränkungen halte ich nicht viel. Ich mache das, was ich auch will und mit dem, mit wem ich will. Du wirst das nicht ändern können und mich in dieser Sache auch nicht ködern können. Also fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, Fick dich, Fick dich, Fick dich, Kirche. Gott ist gnädig und versteht mich, als der Regel nur für Mensch ist. Ich lasse nicht für mich bestimmen. Ihr werdet mein Herz nie gewinnen. Ich lasse da nicht diskutieren. Da braucht ihr auch nicht stekulieren. Also fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. 確ön! Ficktes Kloser Ficktes, 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 Ficktes Klausen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich liebe dich, mein Glück, nur mit dir kann mein Leben glücken, du bist alles, was ich mir ersehne, ich weiß nicht, was mir besser bekäme, du hast alles, bist so flauschig weit, durch dich werde ich an Liebe frei. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an, das hält mich fest, ich denke oft daran. In meinen Träumen treffe ich immer wieder auf dich, du sponsst mich an, du bist so gut für mich, bei dir kann ich mich fallen lassen. Ich bin gern bei dir und kann mein Glück kaum fassen, du bist das, was ich mir schon so lang ersehnte, es gibt viele Trüten, doch du bist für mich das Schönste. Und ist es notwendig, holst du mich aus meinem Traum heraus und wir gehen gemeinsam und vereint in die große Welt hinaus. Ich liebe dich, mein Glück, nur mit dir kann mein Leben glücken, du bist alles, was ich mir ersehne, ich weiß nicht, was mir besser bekäme, du hast alles, bist so flauschig weit, durch dich werde ich an Liebe frei. Ich liebe dich, deine Äuglein sehen mich zärtlich an, das hält mich fest, ich denke oft daran. Ich liebe dich, mein Glück, nur mit dir kann mein Leben glücken, du bist alles, was ich mir ersehne, ich weiß nicht, was mir besser bekäme, du bist alles, was du flauschig weißt, durch dich werde ich an Liebe reist, deine Äuglein sehen mich zärtlich an, das hält mich fest, ich denke oft daran. Ich liebe dich, mein Glück, nur mit dir kann mein Leben glücken, du bist alles, was ich mir ersehne, ich weiß nicht, was mir besser bekäme, Du hast alles, bist so flauschig weißt, durch dich werde ich an Liebe reist, deine Äuglein sehen mich zärtlich an, das hält mich fest, ich denke oft daran. Eine Welt ohne dich, möchte ich nicht mehr sehen, notfalls möchte ich mit dir gemeinsam im Regen stehen, wir beide stellen die Maschinen sofort ab, und damit zählt nur noch unverharmonisierte Tabs, der Klang unseres Herzens erzählt uns so viel, ich bin froh, dass es dir zu Füßen fiel, die Welt zerschönerst vor allem du für mich, und ich bin glücklich, wenn du gleiches denkst über mich. Ich liebe dich, mein Glück, nur mit dir kann mein Leben glücken, du bist alles, was ich mir ersehne, ich weiß nicht, was mir besser bekäme, du hast alles, bist so flauschig weißt, durch dich werde ich an Liebe reist, deine Äuglein sehen mich zärtlich an, das hält mich fest, ich denke oft daran. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige Bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Kirsten Tott zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere. So wie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641-52220 Fax 0364152221 E-Mail carsten.tottetuny-jena.de E-Mail Adresse des Senders Info at radio-okj.de Facebook www.facebook.com-carsten.tott.009 www.facebook.com-carsten.tott.009